Hallo, es ist groß, passen Sie gut auf. Alle paar Jahre kommt ein GameCincha neue Videotechnik, das verändert die Branche für immer. Heute ganz neu die erste auf dem Markt befindliche Video-App ging live und jeder schwärmt davon. Hinweis, dies ist keine gewöhnliche Video-App. Zum allerersten Mal, Sie können jetzt langweilige statische Fotos verwandeln in visuell fesselnde 3D-Zeichnungen und animierte Videos in verschiedenen Farben skizzieren, skizzieren Sie Stile und Hintergründe innerhalb von Minuten. Erstellen Sie einzigartige Videos und heben Sie sich von der Konkurrenz ab mit zahlreiche einzigartige Sketch-Videostile und Themen. Die App basiert auf künstlicher Intelligenz der nächsten Generation. Das ist allem, was Sie bisher gesehen haben, weit überlegen. Plus, im Gegensatz zu anderen Apps, Sie können ohne monatliche Gebühren unbegrenzte ultralange Videopräsentationen erstellen. So etwas gibt es nirgendwo um jeden Preis. Erstellen Sie für immer unbegrenzte Videos. Keine monatlichen Gebühren. Schnappen Sie sich das, bevor der Preis steigt. Für mich wird es nirgendwo. Schnappen Sie sich das, bevor der Preis steigt. Schnappen Sie sich das, bevor der Preis steigt. Meistungs-Regier-Doing-Tradie- manyefend. Vielen Dank.